Musik Und das ist das 25. Tor für den Ex-Lor-Post-Scherin mit der Nummer 22 war es, Danny! Musik 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 Die Nordpolizei verdürzt für die Gäste und jetzt gibt es noch eine 2 Minuten Strafe gegen den jetzt auf Ausstrahlen. Vom Platz geht's. Tienjährig. 3.31 Uhr. So, hier ist nur noch... ...zunext an den Sohn. Sie sind unser siebter Mann jetzt. Seine Heilszeitungen. So, hier ist noch einiger Start. Sie sind ein Schuss. Sehr gut, Herr. Und er macht ihm trotzdem 14, Bernhard! Sein fünftes tolles Spiel zum 26 zu 23. Und wir sind hier noch durchstürt auf uns der Elba ist. Die medizinische Versorgung zu den Punktspielen. Das ist auf Oststudie über die Firma Dr. Jens Ibe von der gleichnamigen chirurgischen Praxis aus der Alexandrinenstraße. Neue am Fachzeichen. Und wir hoffen, dass wir Sie heute nicht brauchen. Und Gott sei Dank, dass Sie da sind. Und jetzt erscheinen Luflöcker schon auf sieben Meter. Dieser Luflöcker schon auf Sieben. Am für heute cool und her gut shot don. Das ist das Luflöcker. Und das ist das Luflöcker. Das ist ein Wettbewerb. Applaus 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 Hat ihn schön freigespiert und dann macht er ihn ganz cool rein, die 14. Bernhard! Jetzt geben die Gäste erneut eine Auszeit am Stand von 27 zu 24. Das war's für heute. Das war's, das war's. zweiten Halbzeit. Die Halbzeit. Das erste Mal läuft, schön an den Ebenfosten, 28, 25, 20, komisch, wieder mal 22, Gerdie! Applaus Die Nummer 15 29 zu 24. Das war für heute nochmal 15. Christian Zufelde. Jetzt gibt es eine 2-Minuten-Strahlung gegen Nino Mario Roche, gegen Edo Heize. Unsere Mannschaft hat sich wieder gegen sie hier in beiden Damen und Herren. Da brauchen wir sie wieder. Besonders.